Oh mein Gott. Komplett, fast komplett alleine. Hier. Digger. Es ist, keine Ahnung, wie spät jetzt. Fast 21 Uhr und wirklich, hier ist keiner. Digger, es ist einfach so gruselig. Hier war mein damaligen Restaurant. Ist jetzt geschlossen. Man sieht mich. Man sieht mich da. Hallo Leute. Digger, es ist krass normal, aber es ist alles voll. Digger, ich hab Angst. Leute, ich hab Schiss. Oh mein Gott. Hier ist eine Rutsche. Die ist da oben geschlossen, Leute. Aber unten ist dieses Dings, müsst ihr wissen. Unten, oh Digger, unten ist es offen. Und ich hab das mal gemacht, dass ich von unten ganz bis nach oben und dann war ich da. Eine Person kommt in 1000 Jahren. Ah, sie geht schon raus. Okay, wir sind doch alleine. Heilige Scheiße. Leute, soll ich mal eine, soll ich mal versuchen, ganz so spät wie möglich hier in diesem Einkaufszentrum zu überleben? Und irgendwie so ein langes Video draus zu machen? Oh mein Gott, Digger, das ist crazy. Leute, ich hab, ihr wisst nicht, wie ich Angst habe. Ich hab, ich rede grad mit nem Handy. Oh mein Gott, das blinkt da. Digger, ich hab mehr als Angst. Das ist meine größte, das ist einer meiner größten Ängste, hier sowas zu machen, was ich grad mache. Da hinten gehen auch grad die letzten Leute schon weg. Oh mein Gott. Und hier ist Dings. Und hier, Leute, das wollte ich euch zeigen. Das wollte ich euch zeigen. Taschenlampe an. Die Taschenlampe an, ja. Leute, das hier ist krank. Oh, Hecho. Oh mein Gott, ich bin doch besoff. Die Kamera, die Überwachungskameras, Leute, die wenn das doch sehen und denken, wie bekomm ich hier Hausverbot danach, der halt das ist, gruselig, auf einem anderen Level. Oh, ihr verpisst mich hier. Leute, wenn ihr wollt, dass ich hier mal das mache, ganz nach oben gehen, Leute. Das kannst du auch von hier, wie jetzt im Moment. Oh, anscheinend sind die kommen im Dach. Oh je, Leute. Ich, ich muss die ganz schnell weg. Es ist mehr als gruselig. Okay, Digger, wirklich hier. Junge, dieser Gang einfach mal. Ich hab nie erwartet, nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Ich bin schon so kaputt. Ich geh jetzt mal, wieder mal. Okay, eins. Zwei. Und das war's.